Was geschieht derzeit wirklich auf der zentralen Mittelmeerroute? Mit dem Wasser, den man selbst mit angelockt hat. Mehr Migranten, mehr Geld, mehr Geld. Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Im Hafen von Catania haben wir gerade rausgefunden, wo hier die Migranten ankommen. Und der Bus da ist offensichtlich voll mit Afrikanern. Jetzt wollen wir mal gucken, wo der hinfährt und ob wir ihm folgen können. Der reine Wahnsinn hier. Also absolut abseits der Zivilisation. Unglaublich. Von dem her muss man sagen, sind die Kapazitäten, die man da geschaffen hat, wirklich bemerkenswert. Es deutet tatsächlich darauf hin, dass die Aufnahmelager hier in Sizilien voll sind. Wenn Schiffe wie die der NGO praktisch unmittelbar hinter der 12-Meilen-Grenze Libyens operieren, ist das noch Seenotrettung oder ist das schon Beihilfe zum Schleusen? Die junge Freiheit für Sie vor Ort. Investigativ und kritisch. JFTV Die Flüchtlingslüge 2017 Und es wiederholt sich doch. Ab Donnerstagabend auf JFTV Einfach unseren YouTube-Kanal abonnieren und Sie werden automatisch bei Veröffentlichung informiert.